Zu dieser Episode gibt es wie immer ein PDF und das kannst du dir auf meiner Patreon-Seite runterladen. Vanilleeis oder Schokoladeneis? Oder beides? Die Entscheidung fällt mir leicht, denn ich habe beides probiert. Eine Sorte liebe ich und die andere mag ich eher nicht. Wenn nur alle Entscheidungen so einfach wären. Als Kind waren sie das irgendwie. Zumindest war das bei mir so. Damals war eine Entscheidung keine große Sache. Nichts, worüber man lange nachdenken musste und schon gar nichts, wovor man Angst haben musste. Im Gegenteil, eine Entscheidung zu treffen war so normal wie jeden Morgen aufzustehen. Ich habe mit sechs Jahren so viele Entscheidungen getroffen, dass mein heutiges Ich neidisch auf das kleine Mädchen zurückblickt. Rückblickend waren die Entscheidungen vielleicht unbedeutend, aber aus damaliger Sicht waren sie monumental. Kleidung zum Beispiel. Wenn ich die Wahl zwischen meiner Latzhose und dem Rock hatte, von dem ich gar nicht wusste, wie er den Weg in meinen Kleiderschrank gefunden hatte, war die Entscheidung glasklar. Die Latzhose. Ich wollte schließlich von Garagendächern springen und mit den Nachbarskindern um die Wette laufen. Ich wollte Legos statt Puppen, malen statt Mathe, die Rollerblades statt der Rollschuhe und die Gitarre statt der Flöte. Alles war so klar. Bis es irgendwann nicht mehr so klar war. Ich erinnere mich noch an den Brief von der Uni, auf den ich so lange gewartet hatte. Er kam an einem regnerischen Freitag. Ich hab den Briefkasten aufgeschlossen und da lag er. Der Umschlag war weiß und dünn und etwas nass vom Regen. Meine Hände haben beim Öffnen gezittert. Bitte nicht noch eine Absage, hab ich gedacht, aber ich hatte Glück. Dieses Mal war es eine Zusage. Am selben Abend hab ich mich mit meinen Freunden getroffen. Die kannte ich schon fast mein ganzes Leben. Wir sind zum Griechen gefahren, der seinen kleinen Imbiss wahrscheinlich schon weit vor unserer Geburt eröffnet hatte. Die Giros Peter haben wir im Auto gegessen. Weiter die Straße runter war meine alte Grundschule und nebenan der Kiosk, in dem wir früher unser ganzes Taschengeld ausgegeben haben. Später sind wir zu einer Freundin gefahren und haben uns, wie so oft am Wochenende, ein paar Filme im Keller angeschaut. Ich hab die ersten Tage niemandem von meiner Zusage erzählt, weil ich nicht sicher war, ob ich wirklich gehen würde. Nach dem Studium saß ich in einem kleinen Büro irgendwo in München. Ich hab die meiste Zeit auf einen Computerbildschirm gestarrt und Texte formuliert und Bilder kreiert, Pakete geschnürt und mit Leuten telefoniert. Die Leute waren nett. Übertrieben nett und immer gut drauf. Außerdem super produktiv und mit Leidenschaft bei der Arbeit. Was genau sie gemacht haben, war mir oft ein Rätsel. Manchmal wusste ich selbst nicht, was ich da überhaupt mache und vor allem warum. Eine Entscheidung hat zur nächsten geführt und die wiederum zur nächsten und irgendwo auf dem Weg habe ich wohl die falsche Entscheidung getroffen. So ist das manchmal. Danach hatte ich erstmal die Nase voll und wollte nichts mehr entscheiden. Ein Jahr später saß ich noch immer in einem dieser Büros und hab es nach wie vor gehasst. So etwas empfehle ich niemandem. Ich frage mich, woher diese Abneigung plötzlich gekommen ist. Früher habe ich ständig Dinge entschieden. Natürlich waren sie nicht so entscheidend. Seine Familie, Freunde und seine Heimatstadt zu verlassen ist schwerer, als sich für Vanille oder Schokoladeneis zu entscheiden. Einen Berufsweg zu verlassen, für den man jahrelang studiert hat, ist schmerzhaft. Sich einzugestehen, dass man versagt hat, ist alles andere als leicht. Aber du kennst vielleicht dieses Zitat von Einstein. Jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Ich hatte als Kind keine Angst, Dinge auszuprobieren. Eine Entscheidung war eine neue Erfahrung. Eine Art, sich besser kennenzulernen. Je älter man wird, desto beängstigender werden manche Entscheidungen. Aber eigentlich geht es immer um die Frage, wer man ist. Zum Glück habe ich wieder dahin zurückgefunden. Aber es hat eine Weile gedauert. Ich mag kluge Fragen statt dummer antworten. Draußen statt drinnen. Ruhe statt Lärm. Simpel statt komplex. Echt statt künstlich. Unfertig statt fertig. Ausprobieren statt nur ausführen. Und Schokoladeneis statt Vanilleeis. Triffst du gerne Entscheidungen oder wartest du auch manchmal so lange ab, bis sie für dich getroffen werden? Also, bis nächste Woche. Tschüss. Dieses PDF könnt ihr euch auf meiner Patreon-Seite unter www.patreon.com-my-german-shot-stories runterladen. Schokoladeneis. Schokoladeneis. Geässt millennium. web発den. um existier neural in mobile. す Vielen Dank.